Willkommen zurück. Mein Bruder hat jetzt ein wenig geübt und ich natürlich nicht, aber ich nehm diesmal auch nen anderen. Das hört sich erstmal gut an. Ich nehm K. Dann probiere ich Goal! Goal! Welches ist Sage? Äh, ist egal. Neh mal direkt mal nur Huse. Ah, China! Ich seh aus wie Son Goku ey! Ein bisschen schuldig. Ich nehm gleich wieder mein Vibe. Hallo! Jetzt weißt du was ich meine, oder? Ich nehm mein Vibe wieder. Langweiler. Ja, ich... Na gut, dann eben nicht. Nehm doch auch immer andere hier. Nur weil du noch einen gefunden hast, mit dem du richtig klarkommst. Aber du! Hier kannst du halt einen Knopf im Akkord rücken. Das ist kein Spiel. Hab ich gar nicht die ganze Zeit gemacht, ey. Nur wo wir es einfach gemacht haben. Lass uns jetzt mal dahingestellt. Ist auch so. Ach toll, jetzt war ich zu sehr damit beschäftigt, den Knöppich anzugucken. Ich hab's gar nicht gesehen. So. Schmunzeln, schmunzeln. Geil, jetzt ist wieder Lacki. Wie grabscht du mich, ey? Ja. Das wird wohl auch ewig mein Geheimnis bleiben. Neeeeeein. Durch einen Grabscher gestorben. Neiiiiin. Weckgegrabs! Ne. Ja, ich hab auch endlich mal gewonnen. Hippyao! Freude, Freude! Jaaaaa! Hm! Ich nehm noch mal Tangi, glaube ich. Oder ne, ich nehm mal deine Toße hier mal. Kuck mal. Ich nehm Dual-Synth. Oder Dual-Synth. Der hat auch nen Überfuß. Ach, sag mal. Yeah, ich hab nen Überfuß, ey. Und jetzt? Ja, das hab ich ja nicht die ganze Zeit gemacht, ne? Ja, nein. Hab ich ja auch nicht. Schaut euch das Video davor an. Hab ich das die ganze Zeit getan? Ihr könnt das in den Comments schreiben. Jaha! Wenn ihr auf meiner Seite seid. Leute, Überfuß! Ja, und jetzt versuchen wir auch nicht ranzukommen. Das geht nicht. Außer du dehnst deinen Arm. Das kann da aussehen, aber die anderen nicht. Wie dehne ich den denn? Ich kann gar nicht mit dehnen. Ich hab nur nen mega langen Fuß. Ey, wie grabst du das? Hab ich mit der auch noch nicht geschafft. Haha. Scheiße, Mann. Ja. Ich nehm aber auch wieder einen anderen. Das ist irgendwie langweilig mit Überfuß. Also das ist nix für mich. Ich nehm doch mal Ryu. Den Hausscharakter. Kann der nicht auch die Hadouken irgendwie? Hadouken? Weißt du? Ah, die kennt man schon. Ich nicht. Ich sag da auch mal. Aha, dankeschön. Grab des Todes! Und warum packt er sich jetzt bitte am Arsch im Flug, ey? Vielleicht hat er sich gejuckt. Das wollen wir jetzt nicht essen. Seht ihm nach. Wie greifst du? Wie greifst du denn? Wie greifst du denn? Wie greifst du denn? Ich weiß nicht. Ich hab jetzt ausnahmsweise mal 1 und 2 und statt 3 und 4 genommen. Aha, okay. Geil, aber das ist was ich meine. Das ist mein Controller. So, den Controller, den ich im Moment benutze. Dann halt so. Kattier den Tritt des Todes! BAM! Der wieder. Dein Arsch juckt aber häufig. Also, Ryu find mich kaputt. Ah, jetzt auf einmal. Gerade im Verrador. Dagegen den Überfuß stinkt alles ab, glaube ich. Zombie! Zanghi! Wieder auf der selben Map. Zanghi! Wie greifst du? Jetzt sag mir eigentlich, wieso greifst. Später. Zanghi, fiss dich auf! Wie, was für ein ekliger! Wie gesagt, das ist ein Leanderzahler. Good God! Zanghi, bist tot! Mega Kick! Wie konnte das passieren? Ich hab dich nicht genug aufgegessen. Ein Stück von mein Gehirn war noch drin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Überpunch! Ich hab' den Arsch! Komm her! Ich werd' dich essen! Nix da! Komm her! Ich will dich essen! Nix da! Komm her! Ich will dich essen! Nix da! Nix da! Immer dann noch mehr! Ja! Bitte! Danke! Ich bin jetzt auf der Honda Stage! Yeah! Ein Arschkick hier! Nix! Nix da! Nix! Klaas! Was passiert mit mir? Na! Nix! Yeah, yeah! Du hast mich aus den Sumoring gerufen. Cool! Scheiß Sumoringa! Du hast so'n Megaarm und so'n Mega-Briege. Wie kannst du deine Gelenke so weit ausfahren, ey? Ich weiß auch nicht. Ich leise mir gleich ein Stück Fett aus dem Pferd und lasse hier. Ja! Goi! Lecker! Ey, wie hab ich das gemacht? Ey, wie hab ich das gemacht? Ja, wie hab ich das gemacht? Ja, wie hab ich das gemacht? Cool! Wie wärs denn, wenn ich nochmal... Wenn ich auch mal kennen will? Nee! Warte, ich kenne überhaupt nicht. Nee, eh schon. Muss nicht sein. Um eine Stage! Kamehameha, ey! Was? Kamehameha? Was? Ja, guck! Warte mal! Scheiße! Da! Hä, wie machst du die? Hallo, wie machst du denn? Ich bin Tornosu! Ich bin Tornosu! Getat als Ryu! Dann bin ich jetzt Freezer und trete dir wirklich in den Arsch! Du hast einen Schwanz! Ja, kein Schwanz! Klar! Nein! Wer war das denn? Äh... Achso! Ey, warum ziehe ich dir denn überhaupt nichts ab? Du cheatest! Ich cheat nicht! Du hast eingestellt! Krass! Boah, bin ich gut mit Ryu, ey! Ich glaube, die, der und die Ische ist mein Liebling! Tja! Meinst du, Ryu wird doch gegen Überfuß bestehen? Das wär doch mal ein episches Final-Range! Habt ihr jetzt schon alle? Ich hätte den hier noch nicht! Dann mir... Okay, dann nimm den. Dann nehme ich nochmal Geil! Geil! Zum Abschied! Zeig mir! Ich muss wissen, der ist ein bisschen Bewegungslegastika! Ich merke! Der geht gar nicht vom Flicken hier! Uee! Uee! Übertritt des Aura-Todes! Cool! Ich kann mich doch nicht... Ich kann mich doch nicht besiegen lassen! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich glaube, so wie dich anfreunden kann ich mich mit dem Gang so schnell nicht... Nur weil ich immer gewinne! Gut! Für mich war's das, Leute! Yo! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Aber nicht bei Springfighter! Niemals! Bye! Ciao! Ciao!